Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch, wir sind wieder weg. Und zwar haben wir letztes Mal scheinbar eine Kassette nicht gefunden und die will uns weiterhelfen. Die Frage ist, wo ist die? Und da haben wir sie auch schon. Was? Oh nein. Okay, jetzt geht's. Diese Musik gerade mit den Fäulinen, die da hat sich so ein bisschen angehört wie ähm, wie bei den Fäulinen. Lyra Sophia, das ist gerade dieses... ...deh...deh...deh...deh...deh...deh oder so. Alter, hier ist das creepy aus, wie der letzte Jumpscare kommt. Da bist du ja tot. Wir müssen auf eine weiße Spur in der Wand gucken. Wir müssen zwar nicht nach oben, weil... ...er hat ihn ja ins Basement getan. Dann müssen wir nach unten. Okay, hier ist glaube ich der Strich... ...die er gemacht hat mit seinem Hund. Aber hier ist keine Tür. Und zwar nehmen wir jetzt einfach das Tape hier. Das Riddle. Hm? Ja, Ratsch. Ich hab doch ein anderes ausgelegt, das wäre jetzt hier kein Ding, keine Tür, ne, wie schade, aber hier sind diese Striche, es ist ja fast schon klar, dass er durchgelaufen ist, ah ne, jetzt müssen wir den Key finden, oh ich hab ihn gefunden, let's go, nehmen wir, nice, gehen wir runter, so, wir machen jetzt hier auf, genau, und hoffen das für Peter, Peter finden, und Bullet, wenn er noch lebt, sehr wahrscheinlich ist er ja alleine tot, oh nein, nein bitte nicht, bitte nicht, ach ne, das ist einfach das reinste, das ist einfach das reinste Psychospiel, schmuck, Oh, zum Glück ist morgen und nicht abend, ey, das ist nachts immer schlimmer, alles klar, du hättest gesehen, Oh, mein Wecker, warte kurz, äh, ich hab ein kleines Problem, aber das ist nicht so schlimm, ich hab gar nicht aufs Cape gestimmt, glaube ich, Sollen wir wieder einen Schlüssel finden, oder was, also was ist das denn für die Tür, hier ist irgendwas, was ist das, hm, warte mal gucken, was sie gefunden haben, weil das war's auch schon, diese Tür hier schon immer auf, hier ist einfach ein Tape, das hab ich gar nicht gesehen, haha, So, aber jetzt ist die Tür safe offen, ja, let's go, okay, was ich aber dann hinter dieser Tür befinde, das, äh, warte beim nächsten Mal, denn, wenn ich mir so wie sie zwei zum aufhören, und ich, ups, ich hab mir schon ziemlich lange ab, das war's mit dieser Folge, Blurridge, zum nächsten Mal, Leute, ciao. Blurridge, zum nächsten Mal, Leute, zum nächsten Mal. Vielen Dank.